Mit dem Rallye-Mode passiert folgendes, ich mach mal eine Runde rum, dann fängt er an hinten schlupf zuzulassen und dann kannst du den schön anstellen. Killswitch anmachen, Bremse drehen, jetzt drückst du mal hier drauf, das geht da an, das musst du kurz bestätigen und das Gas nach vorne drehen. So, und jetzt kannst du starten. Und natürlich hier, ne? Bremse raus, ja. Nürnberg Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ich fahr bei deinen Jungs das mal raus soll ich die halt packen? die sind jetzt gleich ne? was? die sind jetzt gleich ne? glaub ja das wäre ein Ding für Anki für Straße oder was? ja willst du oder ich fahr? fahr du mal vor wow wow Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.